Moment, Moment, Moment. So, glaube ich. Da, dann. Hast du? Ja. Hallo, Micha. Hallo. Bin ja gerade am Grill. Jetzt euch ans Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Pat, da braucht mehr Platz. Oh, hier ist eine Bank. Nee, ist keine Sparkasse, muss ich gebühren zahlen. Ja, echt doof. Und mein Bot ist auch noch nicht da. Von seiner Sammelleidenschaft. Gibt es noch was? Machen wir hier was? Looten? Geht jetzt auch wieder dahinter? Nee, kann man auch nicht looten. Nicht zum Looten. Oh, die brüllt wieder was. Bei dir? Nee, doch bei dir. Hinter dir. Hinter dir war einer. Oh. Da ist auch wieder einer. Die können einfach durchlaufen. Und wir nicht. So gemein. Warte mal. Dann warte ich. Lebt er noch? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ja, er lebt noch. Hier oben ist auch noch einer. Hui. Wo ist Standing geflogen? Ich glaube, das war der von unten. Ja, der ist durch die Lüftungsschacht. Ach so. Das könnte ja auch sein. Ich wollte gerade aufspießen. Ja. Hat wohl nicht geklappt. Mano. Ach da hinten ist er. Okay. Mach schon mal auf. Bams. Alter, Teamwork. Hast du jetzt den Weg genommen? Nein. Sollte ich mal. Jetzt habe ich eins genommen. Okay. Aktivieren. Hier geht's nochmal runter. Wo will er mit uns hin? Er will nach unten. Geh jetzt mal hier rein. Ach, guck mal gar nicht. Torx-Stange installieren. Ach, die kann ich an der Bank bauen. Da finde ich unten noch eine. Ich baue mal eine. Ich bin jetzt neugierig. Ich gehe runter und du baust eine. Ich bin neugierig. Schade, ich komme alleine ohne dich unten nicht weiter. Das ist traurig. Ja, warte dann. Oder, warte mal. Bin ich überhaupt ein Steuergerät hier? Auch da, warte, komme ich doch alleine weiter. Da geht es. Okay. Bank? Wo waren die? Bank. Da unten. Kommst du klar? Ich komme klar, ja, ja, ja. Alles kein Ding hier. Gut. Wo war das? Bank? Bank? Oh, hier geht es mal weit weiter. Bank. Ja. Ja, hier komme ich jetzt nicht weiter ohne dich. Ich auch nicht. Warte auf Partner. Okay, dann komme ich ja zurück. Zurück. Ach, der will doch, dass wir hier unten hingehen. Okay. Also oben kommen wir ja nicht lang. Stimmt ja auch. Die Katze, die Katze, die war schönes. Super. Ich war Katzen. Ich auch. Meine hat sich halt gerade in der... Ich kenne das Geräusch gar nicht. Ich kenne das Geräusch gar nicht. Weg war sie. Sie hat uns jetzt die ganze Zeit im Nebenweg gelegen. Aber jetzt ist sie weg. Ich muss aufpassen, dass sie sich auf den Hot Button hier latschen. Auf den Hot Button? Achso, von der Aufnahmekiste? Ja, genau. Da musst du einen roten Knopf drücken. Wir sind eines großen. Und der löscht jetzt auch noch so verführerisch mit Sicherheit. Ja, der pulsiert bei der Aufnahme. Siehste? Mit Hot Button. Oh Mann. Das funktioniert immer wieder. Ach, ein bisschen was von Lucy Fun. Wie heißt die denn nochmal richtig? Lucy Fun? Ah, wer heißt die denn von Peanut? Ach. Boah. Offenbar ist sie Lucy. Ja, die in einem blauen Kleid. Genau, die man dem Football weggezogen hat. Genau. Da müsste es echt nur so ausrutschen. So, wei. Oh, es sind ganz viele Stasebomben. Ich schätze mal, es kommt gleich wieder 8, 9, 10 ins Gold geht. Ja, da vorne ist auch schon wieder so ein Bomben in den Lüftungsschächten. Soll ich mal machen? Guck, ich mach das und das auch was ich einsammeln. Warte. Oh, ein Bidipack. Soll ich mal nehmen die jetzt automatisch oder was soll das heißen? Das ist mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Ja, dann lass es doch. Jo, aber ich jetzt. Springstopp scharf machen. Und... Zünd. Man sieht sich. Man sieht sich. Super nett. Ach, nicht, weil wir wieder was hätten nebenbei. Oh, diese Idiotenviecher auch noch. Schön daneben. Oh, Mann, ey. Ich... Das ist wieder erschrocken. Nein, das nicht. Ja, ja. Gib's ruhig zu. Was ist ein Elm für einer? Bin hier aber auch nicht zum Hacken. Oh, der ist ja doch noch. Noch einer. Nein! Er hat mich ja nicht... Nein, ich kletter runter. Das wollte ich ja gar nicht. Ach. Vielleicht nur noch Zeug hier aufsammeln. Hä, wo ist denn hier so eine Hackstation jetzt oder sowas? Müssen wir irgendwie weiterkommen. Bezieht doch jetzt nichts mehr. Was sagt der B-Button? Ach so, genau. Da bin ich aber fragen. Da unten wieder hin. Das ist mir hier Rock'n'Roll. Das klingt ein bisschen nach Sisi Top. Okay, ich kann hier was drehen. Okay. Vielleicht müssen wir die Leuchtdinger irgendwie bewegen. Ist das so ein Spiel? Nein, wohin? Das ist einer weg. Nein, sie sind zwei im Leuchten. Also verstehen tue ich es jetzt nicht genau, aber es liegen zwei. Ach, die sehen unterschiedlich aus. Ah, okay. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Unten liegen jetzt drei. Okay. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufrufen. Eigentlich verstanden. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Okay. Der hat das kaputt gemacht. Er hat noch was. Halbleiter. Ein halber Leiter. Noch einer. Halbe? So, ich habe zwei halbe Leiter. Ein ganzer, ne? Ja, dann kann man hochklettern. Ja. Ui, Aufzug. Aufzug. Ui. Ui. Ey, guck mal. Ich habe Schnüssegel am Hinterkopf. Ja, guck. Ist das? Ja. Der Helm. Das heißt, wir kein Lämpchen mehr haben. Gut gehalten vom... Keine Kuhklampen mehr. Ui. Keine Kuhklampen mehr? Ja, hier diese Gesichtslampen da. Achso. Niemandem Schaden. Ähm, natürlich. Egal. Das war alles, was ich wollte. Der Holdung. Ich wollte leben. Oh, er wollte leben. Hat geklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Oh, Midi-Pickle. Was fänden Sie schlimmer, Backel? Mit allen anderen zu sterben? Oder der Einflieger über Lebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst. Sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie, äh... Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und kein Geheimversteck. Okay. Okay. Wir dürfen wieder Aufzug fahren. Jawohl. Das Ganze wieder zurück. Ja. Oh, Mann, ey. Opa, Gundam-Style. Gundam-Style. Hey. Sexy Lady. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Du schocht. Genau. Geöffnet. Öffnen. Ja. Leiter Oh Leiter Komm ich rein Haben wir jetzt den großen Tesla mitgenommen? Brauchen wir das überhaupt? Ach, falsche Seite Andere Seite muss ich hoch Leiter vom Partner blockiert Leiter, Partner braucht mehr Platz Ja, lass wir doch mal Ich will mich doch ein bisschen entwickeln Ach So jetzt, jetzt du Wie eine Blume Torkstangen Bist du so eine Kletterpflanze Ja, du hast keine Torkstangen da Ja, diese Stangen, die kann man in einer Bank bauen Hast du schon gemacht? Warum nicht? Weil du nicht Hinter dir Ich nehm Ich nehm Torkstangen, wo ist denn die Bank hier? Die war doch hier in der Nähe Ähm, warte mal Ziel, Aufzusetzung, Bank Ja, unten Ich hab einen hochgeschickt, ne? Da, komm Da, ich Da kommt wieder runter Da Ich Auch nicht So, Bank 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 Torx-Stange, wir können ihn fix bauen. Cool, Steuerung, neue Platine. Oh, ein Sucherbot ist zurückgekehrt. Ui, voll viel Zeug. Und bereit für den nächsten Einsatz. Wo baue ich die jetzt? Verbrauchst Material, vermute ich da. Torx-Stange aus Wolfram. Und herstellen, jawohl, habe ich. Ich habe eine Torx-Stange. Okay. Und zurück. Ich habe meinen Bond wieder. Ich auch. Die heute umhoch und kriegen die Torx-Stange. Oh, da war was. Was lag denn da rum? Alpleiter noch. Oh Gott. Boah. Loot. Der sieht ja aus wie der letzte Bonusraum. Ui. Optisch. Ein Nachladen, ein Feuer. Drehmanschettenmodul, Munitionsclip. Munition wieder voll. Yeah. Endlich mal wieder. So, jetzt haben wir nicht mehr. Drehmanschettenmodul. Ne, ich auch nicht. Ja, ich habe eins in der Benutzung, ja. Aber egal. Nehme ich mal mit. Ja, da hast du zwei. Was ist besser als ein Drehmanschettenmodul? Zwei Drehmanschetten. Zwei Drehmanschettenmodule. Da kannst du dann... Du kannst dann... Ja. Kannst du um 180 Grad drehen. Kannst ja... Kann man sich selbst ins Gesicht schießen, dann. Oh Mann. Was? Oder zack, Beine ab. Ja, genau. Na, wo ist er? Drehmanschettenmodul, modul, modul, modul. Modul, modul. Ja, wo ist er? Ja. Xa. So. Hallo. Hallo. Oh, da lebt schon wieder aus. Alles sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Nee, nee, nee. Gott, da kenne ich mal raus. Will der Allerbeste sein. Ja, gut. Keiner voll. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefäße. Wie kann ich nicht schwerst Texte? Ich habe das nie geguckt. Ich schwöre bei meiner... Beim Bart und meiner Mutter, dass ich Pokémon nie geguckt habe. Kennt man halt. Man kennt es halt, genau. Das ist Bildung. Ja. Bildung bremst, ja. Das sei jetzt auch nochmal dahingestellt. Ja, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man das Gelernte vergessen hat. Du hast das Lied irgendwann gelernt, aber wieder vergessen, aber kannst du es trotzdem machen. Also es ist Bildung. Komm mal zur Zeit. Du bist so klug. K-L-U-K. Ich kaufe... Aua. Ich kaufe... Ich kaufe ein Ö wie Y. Genau. So, was will man bot... Wollen wir mal botten jetzt jetzt mal wieder hin. Da wird ein runter. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Ist jetzt... Ach, ist das der? Würde ich jetzt sagen, ne? Toll. Ach, guck mal, den Korberhut. Da ist er. Da ist es. Na toll. Hätten wir auch machen können. Aber echt. Hätte er Munition gespart. Ja, so unsere wenigstens gespart ein bisschen. So ganz selbstlos. Das ist ein Aufzug. Aber ein Bot will immer noch nach unten. Ja, meinen hab ich hier unten wieder rausgelassen. Wie? Ich hab'n ausgesetzt. Das ist so gemein. Der hat mich gestört. Ne, dann warte ich aber noch. Komm, wir fahren aufzug. Aufzug, 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 aufzug. Bisschen wir doch, ne? Hoffe ich mal. Äh. Ich guck. Ich schätze mal einfach, dass wir aufzug fahren dürfen. Ja. Jo. Wie a reiz. Mist. Der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Nein. Nein. Der Schlüssel könnte bei seinen Hauptsiedigkeiten sein. Also wieder runter. Ist zumindest ein Blick wert. Jetzt kam man das hier irgendwie hoch. Ich war schon mal. Hoch. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte, Schlüsselkarte. Ah, was hab ich da denn? Hast du es gefunden? Nee. Okay. Hast du es gefunden? Nee. Der will auch irgendwie, dass wir zurückgehen. Unser kleiner Navi. Habseligkeiten. Wir suchen Habseligkeiten. Du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Habseligkeiten. Warte, vielleicht bringt das was, wenn man den Typen sprengt. Ja, genau. Ist ja oft eine Lösung. Bums. Und? Vielleicht in seinem Knie. Im Arm vielleicht. In seinem Beinstumpf. Wenn ihr mich jetzt hören könnt. Also dafür, dass er frisch gestorben ist, hat er ein komisches Gesicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also jetzt kaufe ich den mich ab. Nee. Wohl wahr. Aufzug. Hast du es gefunden? Aufzug. Ah, oh. Ah, aufzug. Hoch, da ist noch was. Ein Item. Achseligkeiten. Achseligkeiten. Du meinst zwei. Wir suchen. Habseligkeiten. Achseligkeiten. Da wird immer noch ein tiefer. Oh, dein Bot piept, ne? Ja, aber der will noch ein tiefer. Achso. Und lass ich ihn nochmal hier. Zugangsschüssel. Du hast ihn schon gefunden. Ja, der Lack hier. Achso, ist doch nicht viel mehr hier. Ach, komm mal runterfahren, aber nicht. Dann fangen wir mal zu. Halt, wir sind noch so eine Kiste. Warte. Das ist nichts da, oder? Sieht so aus. Ja, dann schmeiß ich den Bot unten nochmal raus. Komm mit. Aber wirft hier. Ich kann ja gar nicht an eine Pfanne. Wirklich gerade. Abseligkeiten. Ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht. Wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Oh, blöd. Gucken wir mal, wo er hin will. Alles für den Bot. Alles für den Dacken. Alles für den Dacken. Alles für den Bot. Ja, da habe ich ihn oben irgendwo rausgeschmissen. Oh, die will er. Die will er auch raus. Ja, genau. Hättest du auch sagen können. Äh, der wollte da oben raus. Also da kannst du... Hättest du mir auch sagen können. Habe ich. Also, hast du nicht. Dann kannst du dann den Bot. Ja, habe ich. Bin ganz schön pikiert jetzt. Du willst nur mehr Materialnahme. Komm mal los. Ach, ne Bank. Komm mal, mach mal ne Bastelpause. Wollen wir ne Bastelpause machen? Ja. Jetzt würde ich den Bot loslegen, komm mal ne Bastelpause machen. Bastelpause, 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 yeah. Ich lade nochmal nach und dann sage ich mal, tschüss. 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 Wo bist du? Wo bist du? Oben. Ich bin in die Leiter schon hochgeklettert. Hallo. Ich sehe dich nicht da. Da, hallo. Hallo. Tonight. The DJ got us fun. We'll talk again. Pop, 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 pow. Pop, 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 pow. Hattie, hottie, hottie ho. Hattie ho. So. Tschüss. Ciao.